So Freunde, Montagnachmittag, das alles findet total zeitnah statt. Ich habe euch ja beim letzten Mal angekündigt, dass wir einen zweiten Teil nochmal hinterher schieben zum Thema, wer macht denn jetzt eigentlich die besten Öle? Und ihr habt beim ersten Mal gelernt, dass es neben Zahlen, Daten, Fakten, die wir übrigens noch im Detail besprechen werden, noch ein paar andere Dinge gibt. Und heute möchte ich euch nochmal so einen Blickpunkt zeigen, der total interessant ist, wenn du etwas näher reingehst in das Thema. Wenn du hier mal so nach links und rechts gerade schaust, die Maxi steht hinter der Kamera, da siehst du Dinge, die du siehst, wenn du einen anderen Blickwinkel bekommst. Weißt du, was ich meine? Du siehst jetzt Dinge, die du vorher, wenn die Kamera nur auf mich gehalten ist, gar nicht mitbekommst. Hier so bei uns an unserem Haus, die 200 Meter entfernt. So, jetzt kommt die Kamera wieder zu mir zurück. Und was meine ich damit? Schau, ich habe tatsächlich mal eins gemacht. Ich habe mir mal so diese Firmen, die mit ätherischen Ölen hier zu tun haben, mal etwas näher angeschaut. Da waren Firmen dabei wie Farfalla, wie doTERRA, wie primavera, wie Oasis oder wie sie heißen. Ich habe den Namen jetzt nicht genau behalten. Und wenn du dir die Webseiten anschaust, dann sind das alles richtig coole Firmen. Die haben alles tolle Öle, die sagen alle, wir machen nur aus den reinsten Bestandteilen der Öle und, und, und. Und wisst ihr was, Freunde? Ich glaube das sogar. Ich glaube, dass die Firmen auf diesem Niveau wirklich alle gut sind. Und der Laie, der zum ersten Mal auf so eine Seite kommt, der hat überhaupt nicht die Möglichkeit zu verstehen, was ist denn wirklich der Unterschied? Warum gibt es eine Firma, die Öle anbietet für 10 Euro und scheinbar das gleiche Öl für 15 oder 20 Euro? Und jetzt kommen wir zu so einem Punkt hin, der für mich nochmal einen richtigen Wow-Effekt ausgemacht hat. Schau, es ist nicht nur die Frage, ob so ein Öl 100% rein ist. Wir unterstellen mal, dass all die genannten Firmen wirklich in diese Flasche nur diese Essenz reinkippen. Aber jetzt kommt doch was ganz Entscheidendes, Freunde. Schau, wenn du dich mit Destillationen näher beschäftigst, dann weißt du, dass so ein Öl aus Hunderten von Bestandteilen steht. Und dass im Idealfall die Wirkung so optimal wie möglich ist, desto umfassender sozusagen das, was in der Pflanze, in der Essenz drin ist, sich auch im Öl widerspiegelt. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Die Frage ist nämlich, wie viel von dem, was die Pflanze, die jetzt irgendwo hier um die Ecke wächst, habe ich anschließend in meinem Öl drin? Da ist die Frage wichtig, wie lange wird destilliert? Mit welchem Druck wird destilliert? Mit welcher Temperatur wird destilliert? Und mit welchem Know-how im Hintergrund? Und jetzt kommen wir wieder zu der Besessenheit des Unternehmens, Purpose over Profit zurück. Mit welchem Know-how im Hintergrund passiert das? Ganz einfaches Beispiel. Ich habe euch von Palo Santo erzählt. Palo Santo muss über Stunden hinweg destilliert werden. Über Stunden bei einem ganz bestimmten Druck, bei einer ganz bestimmten Temperatur. Wenn du dir jetzt nur wieder die Moleküle raussuchst, die für den Geruch zuständig sind, kannst du das alles abkürzen, hast das Ding in einer halben Stunde verfrühstückt. Die Essenz riecht genau das gleiche und du hast dir unendlich viel Kosten gespart, weil du vielleicht nur eine halbe Stunde destillierst und keine zehn Stunden oder fünf Stunden oder was auch immer. So, wenn du das aber nicht weißt, wenn der Kunde das nicht weiß, dann kann er nie im Leben herausfinden, was tatsächlich am Ende des Tages wichtig ist. Und deshalb ist deine Aufgabe als Kunde, als Interessent herauszufinden, welche Unternehmen machen das tatsächlich mit welcher Absicht. Haben die dieses Purpose over Profit, die Sinnhaftigkeit, dass das Ergebnis das Beste sein muss, was man erzielen kann? Oder haben sie es nicht? So, und daraus verbindet sich wieder die Frage, kannst du wie jetzt, viele meiner Kollegen sind gerade in Kroatien und die besuchen unsere Strohblumenfarm und sehen, wie Strohblumen gepflanzt werden, wie sie destilliert werden. Viele meiner Kollegen reisen jetzt in wenigen Tagen wieder nach Amerika, um dort auf den Plantagen und Pflanzen dabei zu sein. Bietet das dein Unternehmen an? Hast du die Chance, da wirklich hinter die Kulissen zu schauen? Und erklärt man dir überhaupt diese Unterschiede, die es auch im Bereich der Destillation gibt? Gut, Freunde, Zahlen, Daten, Fakten, auch das Thema werden wir richtig beleuchten. Das ist aber so umfassend, das kannst du nicht in einem 3-Minuten-Video machen. Das machen wir in den nächsten 2-3 Wochen ganz separiert. Auch das ist so ein geiles Thema, wo du sehen wirst, wir haben eine gute Wahl getroffen, eine richtig geile Wahl. Aber wichtig ist, dass du das auch verstehst, warum das so ist. So, und ich hoffe, das hat dir einmal mehr ein bisschen den Blickpunkt gegeben. Die Maxi schwenkt jetzt einfach nochmal mit der Kamera auf das, was du siehst, wenn du etwas anders auf die Dinge drauf schaust. Und deswegen lass dich in Zukunft nie wieder irritieren durch Aussagen, die es in diesem Bereich so gibt. Lerne genau hinzuschauen. Schau dir die Menschen an. Schau, was sie machen. Schau noch viel wichtiger, was sie tun. Und welche Chance sie dir tatsächlich geben, auch die Verführung mit Worten zu verstehen. Denn rein bedeutet nicht rein. 100% Natur bedeutet nicht 100% Natur. Und das sind die Hintergründe, die wir immer wieder gerne läutern. Wenn dir das gefallen hat, hier oben oder hier unten oder wo auch immer, gib uns den Daumen. Schreib uns den Kommentar, auch hier vor allen Dingen bei YouTube. Weil wir wollen, dass die Menschen mehr darüber erfahren. Und das geht nur, indem wir immer wieder diese Dinge auf den Tisch bringen. Wir sie teilen, du sie teilst. Und wenn du mehr von dem ganzen Thema haben willst, am 21.09. Ihr lest das im Moment bei Facebook. Da sind wir den ganzen Tag in Köln zusammen. Ihr könnt dabei sein. Erlebt uns live, wie wir das machen. Wie wir mit Menschen über Öle sprechen, über die Zusammenhänge über den Menschen als solches. Alles Gute und bis bald. Ciao.